Ich habe hier verschiedene Flächenmasse. Die Aufgabe lautet, dass ich Paare mit dem gleichen Wert finden muss. Ich weiss, Flächenmasse sind hunderteilig. Ich verwandle jetzt alle diese Angaben in das gleiche Flächenmasse. Ich habe Quadratdezimeter gewählt. Jetzt sehe ich, dass die 0,43 Quadratmeter flächengleich ist wie diese 4300 Quadratzentimeter. Diese beiden sind gleich gross und das ist der Single.